Gute meine Freunde, da sind wir zurück in Krankfurt und ich habe einiges vor heute. Und zwar werden wir auf jeden Fall erstmal hier die Kapazität der Kleidung nach oben drücken, damit hier mehr Kleidung produziert wird, logischerweise. Und es gibt einiges zu tun. Wir haben eine Storage-Bahn, die komplett voll ist, deswegen ist hier die nächste schon unterwegs. Dann habe ich hier ein kleines Feld errichtet, bzw. bin dabei, da muss noch hier der eine Stein weggerubbt werden. Hier habe ich noch zwei Häuser hingesetzt, hier ist noch Platz für genug Häuser. Das heißt, hier haben wir eine ordentliche Erweiterung der Siedlung, nochmal Nahrungsproduktionskapazitäten, wo wir dann überschüssige Arbeiter einsetzen können. Und dann ist mir aufgefallen, es gibt Leute, die sind unglücklich in Krankfurt. Und das will ich nicht, das kann ich nicht nachvollziehen und das werden wir auch nicht tolerieren. Und damit die Leute glücklich werden, werden wir ihnen auch noch eine Kirche schenken, bzw. bauen. Und die passt, als hätte ich es genau geplant, hier rein. Perfekt, perfekt. So, da werde ich dann auch gleich noch die Straße entlang führen. Und dann ist auch diese Kirche unterwegs, 130 Steine. Wenn ich das sehe, da wird mir schlecht, ne? Egal, was soll's. Und, was ich mir auch noch gedacht habe, was irgendwann nützlich werden könnte, was wir vielleicht diese Folge nicht mehr schaffen werden, wäre eine Taverne. Das können wir aber erst dann machen, wenn wir Weizen haben, bzw. erst dann bringt die wirklich was, weil vorher können wir ja nicht brauen. Wobei ich glaube, man kann auch noch aus anderen Sachen brauen. Das weiß ich jetzt aber nicht aus was. Das müsste ich dann, da müsste ich vielleicht doch erst die Taverne bauen und dann gucken, was ich dann dementsprechend anpflanze. Hier ist übrigens auch noch ein Händler. Der, oh, Pumpkin Seeds. Gib, 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 gib. Gierig. Die werden wir natürlich auch gleich einkaufen. Also da kenne ich ja nichts. Jetzt, kommen wir da hin. Das passt doch eigentlich, oder? Gut, dass wir hier das ganze Firewood eingelagert haben. Äh, 2500 kostet das. Ich glaube, wenn ich das jetzt richtig im Kopf überschlagen habe, müssten wir mit 275 dann hinkommen. Perfekt. Oh, Kopf rechnen. So. Dann muss ich jetzt hier im Inventar noch mal ein bisschen runterdrücken. Wir werden jetzt keinen Stein mehr einlagern. Den brauche ich ja jetzt zum Bauen. Firewood werden wir aber auch mal runternehmen auf 150 oder 140, damit wir jetzt nicht zu viel verlieren. Die ganze Nahrung, das ist okay. Das können wir so lassen. Die Iron Tools nehmen wir nochmal weg. Die brauchen wir auch. 20 ist okay. Lock. Ja, machen wir auch auf 0. Und dann sollte das hier passen. Dann kann ich die Zeit weiterlaufen lassen. Und ja, das Ganze läuft. Wir sind jetzt mittlerweile bei 11.000 Nahrungseinheiten. Die sind aber steigend. Wir hatten ja jetzt gerade Winter, sieht man ja, Frühling gerade. Ich habe wieder natürlich ein bisschen weiterlaufen lassen, um euch die langweiligen Parts zu ersparen. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass unsere Nahrung trotzdem noch weiter steigt. Also hier ist der Graf mit der Nahrung die letzten fünf Jahre. Gut, jetzt haben wir einen relativ großen Einbruch gehabt diesen Winter. Es sind auch wieder viele Leute dazugekommen, viele Kinder, die natürlich nichts schaffen. Die faulen Drecksäcke gehen ja lieber faul studieren, so wie ich. Ja, notfalls muss ich da halt einfach noch mehr Leute zuweisen für die Nahrungsgewinnung. Hier kann ich zum Beispiel nochmal einen Farmer mehr machen. Dann Fisherman kann ich noch einen machen. Wobei, machen wir nochmal, upsala, das wollte ich gar nicht. Machen wir nochmal einen Farmer weg. Drei Farmer reichen. Und dann machen wir lieber sieben Fischermänen, weil das gibt das ganze Jahr über Nahrung. So, dann haben wir jetzt die Pumpkins in unseren Traded Items. Finde ich auch klasse. Die habe ich ja schon wirklich vermisst. Da steht das Feld schon. Auch geil. Da werden wir dann gleich natürlich die Kürbisse anbauen. Wichtig ist, ihr seht, ich habe hier nicht die Felder nebeneinander immer mit derselben Sorte von Früchten. Aus dem einfachen Grund, wenn wir irgendwie wieder die Säuche haben, die Säuche in der Schläuche hier in der Felder. Dann breitet sich das einfach aus. Und zwar relativ schnell, wenn man da dieselbe Frucht auf der anderen Seite hat. Oder auf dem benachbarten Feld. Deswegen immer schön abwechselnd bauen. Dann geht man da kein Risiko ein. Gut, hier entstehen gerade wieder Häuser. Das heißt, da gibt es auch wieder Nachwuchs in Frankfurt. Wir haben mittlerweile wieder 80 Einwohner. Zwischendrin sind wir ja ein paar weggestorben hier. Durch unsere kleine Seuche. Aber das sollte ja dadurch, dass wir jetzt ein Krankenhaus vor Ort haben, kein Problem mehr sein. Ich sehe gerade, die Storage-Bahn ist auch fast fertig. Storage, Storage. Blub, blub, Schwanz im Mund. So. Ja, irgendwas wollte ich noch erzählen. Achso. Es könnte sein, dass wieder diese Woche relativ wenig Videos kommen. Aus dem Grund, ich bin die Woche über jetzt arbeiten. Ich muss ein bisschen Geld verdienen hier in den Semesterferien. Und da könnte es natürlich sein, dass ich da nicht so die Muße habe, großartig aufzunehmen. Mal gucken. Aber ich denke mal, ich werde auf jeden Fall Videos bringen. Da muss man sich, glaube ich, keine Gedanken machen. Okedokili. Ich weiß auch nicht. Irgendwie bin ich heute... Also ich bin eigentlich motiviert. Ich habe auch gute Laune. Es scheint, die Sonne ist eigentlich so der erste richtige Frühlingstag heute. Und ich sitze natürlich wieder vorm Rechner und zocke. Aber irgendwie bin ich heute total müde und schlaff. Ich hoffe, das gibt es nicht noch im Laufe des Tages. Aber das soll uns jetzt nicht aufhalten. Wie weit sind wir denn hier? Wir haben schon 34 Steine eingelagert. Das Holz ist drin. Eisen zur Hälfte. Gut, jetzt habe ich ein paar Arbeiter losgeschickt, um hier Steinen zu holen. Ich hoffe, das wird dann auch noch was werden. In diesem Jahr. Aber ich vermute es mal nicht. Ok. Was machen denn unsere Hühnchen? Wie viel produzieren die denn? In der vorigen Saison haben sie 318 Eier und 102 Fleisch produziert. Ich wusste jetzt gerade nicht, was ich sagen soll. Hühnchenkeulen. Ok. Herbst ist auch schon wieder an die Grenze gestoßen. Ich verbrauche die gar nicht so schnell, wie ich sie verkaufen oder benutzen. Quatsch. Quatsch. Ich verbrauche sie nicht so schnell, wie ich sie einlagere. So, jetzt habe ich es. Mann, Mann, Mann. Irgendwie ist heute der Wurm drin. Was ist hier wieder an der Grenze? Firewood. Ach, du Scheiße. Dann kann ich doch wieder hier ein bisschen was einlagern. Ja gut. Drei Wood Cutter waren vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Da habe ich wohl ein bisschen überreagiert, als es da mal kurz knapp geworden ist. Aber, ach. Was soll's. Lieber zu viel oder zu wenig. Lieber haben als brauchen. Das ist doch die Devise. Hier in Banished. Wo ist denn jetzt hier das Feuerholz? Bin ich doof? Lock. Äh. Äh. Hä? Das gibt's doch nicht. Da muss doch irgendwo das Feuerholz sein. Ach, da. Oh mein Gott. Ich kann schon den Aufschrei vor dem Bildschirm hören. Dieser Idiot. Er kann nicht lesen. Chef, Chef. Chef, Chef. Der Mann kann nicht lesen. So. 10% haben wir schon hier rausgerubbt aus der Grube. Das ist ja nicht gerade wenig. Aber ich brauche mehr Stein. Ich habe aber im Moment nicht so die Kapazitäten, die Leute in den Steinbruch zu schicken. Ich glaube, es geht auch fast schneller, wenn ich hier erstmal die paar Steine entfernen lasse. Ich meine, den Platz brauche ich ja sowieso. Also letzten Endes kommt es mir ja auch irgendwo gelegen. Die ganze Geschosse. Wenn ich da die Steine wegruppen kann. Ganz schön teuer so eine Kirche. Mann, 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 Mann. Dann muss ich dann demnächst auch aufpassen, dass meine Kinder nicht geschändet werden. Oh, Schenkelklopfer. Ja, ja, ich habe doch, doch, ich habe gute Laune. Kann man nicht anders sagen. Okay. Da kommt wieder ein Händler. Was bringt der uns mit? Was mag er wohl von Fernreisen mit sich führen? Feuerholz? Wolle? Nichts, was ich irgendwie gebrauchen könnte, oder? Nee. Also, auf Wiedersehen, mein Freund. Der Nahrung steigt immer noch. 13.000 eingelagert. Hervorragend. Hier, die Storage-Bahn ist schon wieder zu 19% voll. Die zu 100. Ja, aber ich habe jetzt einfach nochmal eine zweite hier gebraucht. Das kann ja nicht sein, dass die das Zeug draußen lagern oder immer zum Markt rennen müssen. Also, irgendwo brauchen wir halt schon, wenn wir so viel Nahrung eingelagert haben, brauchen wir auch die entsprechenden Kapazitäten, um es ordentlich einzulagern. Das ist ja klar. So, 104 Steine haben wir. Von 130, 25, Eisen vom 30. Ja, langsam wird es. Ich denke mal, diesen Part werden wir auf jeden Fall noch die Cache sehen. Ich bin mal gespannt, wie sie so in Natura aussieht. Ich habe sie noch nie gebaut in irgendeiner Stadt. Das ist die erste Stadt, die ich habe, wo ich die Kirche baue. Es ist klar, ich baue die Kirche und die Leute werden direkt glücklicher, als würde ich sie nicht brauchen. Also, ich finde, da könnten sie auch noch ein bisschen mehr machen. Das könnte noch ein bisschen krasser sein, finde ich. Dass es irgendwie schneller fällt mit der Glücklichkeit oder mit der Happiness. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es auch so ist wie in, woanders, in Stronghold war das ja damals so, wenn man unterschiedliche Nahrungstypen hatte, so wie wir jetzt. Wir haben ja relativ unterschiedliche Sachen. Wir haben ja Bären, Pilze, Kräuter, wir haben Bohnen, jetzt Kürbisse, wir haben Mais. Das sind ja ganz viele unterschiedliche Sachen. Und in Stronghold war das jedenfalls so, dass die Leute dann auch glücklicher waren, wenn es unterschiedliche Sachen zum Essen gab. Achso, ja, und Chicken haben wir noch. Jeder mag Chicken. Ich glaube, ich habe niemanden, der es nicht mag. Da fehlt auch immer noch Stein. Unglaublich. Wie viel diese Kirche einfach frisst. Scheißteuer, das Ding. Aber ich hoffe, es lohnt sich. Soweit ich weiß, passen da ja auch dann 200 Bürger rein. Das heißt, da haben wir ja erstmal wieder ordentlich Ruhe, bis wir die nächste bauen müssen. Und wenn wir 200 Einwohner haben, dann glaube ich, läuft das hier alles auch schon ein bisschen anders. Da ist mir, glaube ich, hier der Tierzüchter weggestorben. Dann nehmen wir mal einen Gatherer weniger und packen den hier wieder rein, weil auf das Hühnerfleisch und die Eier möchte ich eigentlich nicht verzichten. Gut. Ich habe ja auch im Moment nur ein Bild. Ich meine, stellt euch mal vor, ein Bauarbeiter hätte den Dom in Köln gebaut. Ja, wäre da, glaube ich, heute noch da dran. Ein Stein. Kein Stein fehlt noch. Aber dafür fünf Eisen. Dann werde ich doch mal hier, da wo das Eisen ist, die Priorität erhöhen. Sehr gut. Langsam wird es, langsam wird es. Ja, ich habe ja die letzte Zeit ein Arma-Video hochgeladen. Also die Resonanz eigentlich war ja ganz gut. Also ich konnte nicht klagen, zumindest darüber. Die Frage ist, wollt ihr davon mehr sehen? Ihr könnt euch auch mal hier dazu äußern, ob euch das gefallen hat, wie ihr es generell fandet. Und wie gesagt, wenn da die Resonanz positiv ist, bin ich da auch gerne bereit, natürlich noch mehr Videos hochzuladen. Es ist halt immer Arbeit, weil wir fahren dann zwei, drei Stunden raus und das muss man dann irgendwie auf 20 Minuten cutten. Das ist natürlich echt mühselig. Und ich muss ehrlich sagen, das mache ich nicht, wenn es keiner guckt oder wenn es jedem egal ist. Oder jeder es nur scheiße findet, ist ja auch irgendwo klar. Da gibt es einfachere Projekte, die man sich da aufhalten kann. Was mache ich hier eigentlich? Es ist ja viel zu viel. Ich will aber hier die Chestnut Beans, ja ein bisschen Kleidung einkaufen, kann ja eigentlich auch nicht schaden. Da haben wir ja nicht so viel von. Und dann kann ich hier noch ein bisschen was runternehmen. Da noch ein bisschen was, 2600. Wenn ich hier nur 300 nehme, wo sind wir dann? Ja, jetzt kommen wir mal der Sache schon näher, 250. Ach, komm, Geschenk des Hautes. Nimm mit. Kollege, habe ich jetzt einfach mal verschenkt. Ich weiß, jetzt werden schon wieder Leute aufschreien. Ich bin mir sicher, jetzt ist hier schon wieder einer gestorben. Irgendwie was... Ich glaube, diese Hühner sind diabolisch und bringen meine Einwohner um. Die fressen die Mutantenhühner. Es sind doch 30 von 27 im Moment. Wahrscheinlich haben sie den armen Kerl einfach überrannt. Was sollte ich denn vorhin erzählen? Ach so, ja jetzt habe ich natürlich viel zu viel ausgegeben für das, was ich da gerade bekommen habe. Hier für die weiteren Samen, Chestnuts, irgendwelche Hülsenfrüchte, glaube ich. War mir aber relativ egal. Ich habe ja mehr als genug im Moment und ich kann es ja auch irgendwo echt nicht mehr einlagern. Oh, die Kirche wird gebaut. Geil. Da will ich natürlich live dabei sein. Und das war so meine Intention, damit die Lagern mal ein bisschen leer werden. Und ich habe ja auch gute Sachen dafür bekommen. Die Kleidung ist wichtig und die Samen natürlich auch. Das heißt, ich könnte demnächst auch ein neues Feld hier wieder bauen. Vielleicht mehr Richtung Fluss dann wieder gehen. Ich habe das ja eigentlich relativ sinnvoll angelegt hier mit den Straßen, um da eben weiter expandieren zu können. So, wie sieht es hier aus? 62, 63 Prozent. Wie sieht es eigentlich aus auf dem Friedhof? Boah, der ist schon zur Hälfte voll. Zur Hälfte. Gebt euch das mal kaputt. So, wir haben immer noch 80 Einwohner. Ich glaube, ich brauche doch mehr Häuser. Also ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, da müssen noch mehr hin. Hier passt nochmal perfekt eins hin. Als hätte ich das geplant. Als hätte ich mir was dabei gedacht damals. Okay. Hier würde auch noch eins hinpassen. Das machen wir auch. Das setzen wir da hin. Und dann werden wir noch hier eins hinsetzen. Wir brauchen hier neue Farmer. Ach, was soll's. Wir sitzen da. Ach, komm, noch eins. Völlig egal. Wir haben es ja. Wir haben ja genug Kapazitäten. Ich habe noch so viele Jobs hier in der Nahrungsproduktion offen. Das ist völlig okay, wenn ich da jetzt so viele Häuser baue. Aber natürlich wieder nicht übertreiben. Das reicht jetzt auch erstmal wieder und gucken, wie sie es dann entwickelt. Ich habe jetzt einfach nur Angst, dass mir hier die ganzen Leute wegsterben und ich die nicht mehr ersetzen kann. Wir haben auch im Moment 13 Students, die jetzt auch demnächst irgendwann mal fertig werden müssten. Also eigentlich sollte es irgendwie passen. Okay, jetzt gucke ich nochmal 81. Ja gut, Bevölkerung steigt sogar im Moment. Hervorragend. So, da sind auch wieder zwei Leute. Äh, Quatsch. Drei Arbeiter fertig. Richtig gut. Dann kann ich doch wieder einen Farmer mehr machen. Einen Gatherer wieder rein. Ach, da ist doch schon gerade wieder jemand gestorben. Das ist der Hammer, wie die hier wegsterben, wie die fliegen. 83% haben wir bei der Kirche. Klar, das könnte schneller gehen. Ich könnte auch mehr Bilder hinzuziehen. Aber wozu? Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Die Storage-Bahn ist fertig. Häuser sind unterwegs. Wir expandieren weiter. Und ich denke mal, das ist dann auch ein schöner Abschluss für diese Folge, wenn dann unsere Kirche hier in Krankfurt steht. Ja, und wir dann auch quasi wieder den ersten Schritt in Richtung Metropole gemacht haben. Oder den nächsten Schritt vielmehr. Langsam fühlt es sich hier auch. Also es sieht wirklich langsam aus wie ein kleines, schönes Städtchen. Passt hier eigentlich ein Haus hinter? Nee, da habe ich ein bisschen Scheiße gebaut. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja gut, das ist deswegen diesem doofen Hügel. Da kann man nicht wirklich was machen. Gut. Naja, dann ist das quasi so unser kleiner Park hier. Unsere Grünfläche. Passen hier noch? Da habe ich, glaube ich, auch ein bisschen Mist gebaut. Entweder packe ich da noch einen Stockball hin. Aber ich glaube, es würde zu klein werden. Vielleicht kann ich ja auch einen Brunnen hinsetzen oder sowas. Irgendwas fällt mir da schon ein, damit das einigermaßen aussieht. Oder ich setze zwischendrin nochmal eine Straße. Genau, das machen wir nochmal. Das markieren wir doch mal. Wir haben ja die Kapazitäten im Moment. Was soll's? Kann ich hier nochmal eine Straße hinsetzen? Und dann müsste da doch eigentlich noch ein Haus hinpassen. Ha, ich hätte zwei Straßen hinsetzen können. Dann hätte es gepasst. Dann machen wir das doch auch so. Sieht zwar komisch aus, ist aber so. Egal. Haben wir halt hier so eine kleine Doppelstraße. Können wir vielleicht noch einen Brunnen irgendwie in die Mitte klatschen. Und dann sieht das vielleicht auch nach was aus. Spätestens wenn wir dann Steinstraßen benutzen. Die Kirche ist fertig. Und wir können auch direkt einen Priester ernennen, der auch 83 Mitglieder jetzt in seiner Kirche hat. Hervorragend. Ich denke, das ist ein schöner Abschluss. Und mit dem Blick auf die Kirche beenden wir diesen Part. Und ich sag, bis dann. Bis dann. Bis dann.